Außerdem ist, wie wir in Springform mal sagen, he's a cool customer, also er macht das wirklich gut und kann den Druck ab, er bringt die Dinge zu Ende, aber es ist natürlich so, dass Pferd und Reiter zusammenpassen müssen, auch Matthias muss erst ein richtiges Glück befinden bei Totilas und das wird auch schon nochmal wieder schief gehen. Ein Pferd mag ja noch so viele Millionen kosten, das ist schon richtig, das ist nichts wert, wenn der Reiter es nicht lernt, es zu verstehen. Wie hat Sie diese Phase des Kennenlernens von Matthias und Totilas verfolgt? Ja, ich hatte ja das Glück, die Totilas war in etwa ein halbes Jahr bei mir in Schallen, Matthias ist mit seinem Vater regelmäßig hergekommen, hat ihn geritten, schon beim ersten Mal habe ich gesehen, dass das zusammenpasst und sie sind auch da stetig besser geworden und jetzt haben sie schon auch, hier ist das vierte Turnier miteinander Bohrkong, das war immer wieder ein Erfolg. Totilas hat ja einen ganz eigenen Parallel.